Und, ah, was auch richtig, was für Assis vom Rennen aus, da war ich auch als Skeff drin, da hatte so eine Flair, wo du ein Flugzeug rufen kannst, bin dann zum Schluss hinter an das Hotel, was ich gerade gesagt habe, da ist dann dieses Exit für die Skeffs an der, ja, wenn du über diesen, ja, ist das so ein Spielplatz oder was, also so ist es ein Basketballplatz, dann hast du so ein komisches Gunstwerk und dahinter rennst du dann und expatrierst. Dann habe ich da hinten dann die Flair gezündet, die Kiste lag dann auf dem Weg, wo die PMCs hier Exit haben, also ist so eine Straße oberhalb, die an dem Skeff-Exit vorbeiführt, da lag die Kiste so und dann bin ich hin, also bin hingeschlichen und höhere Steps, so gucke, hätte ich eigentlich umlegen können, das war ein Skeff, dachte ich mir, ach, lass es leben, komm, wir gehen zusammen, hier Kiste looten. Er guckt so, ich wickele, er wickelt, wir laufen zur Kiste, ich hocke mich hin zum Durchsuchen und kriege einen Headshot. So ein Arschloch, äh, ne, das ist mir schon zweimal passiert, nochmal teile ich die Kiste nicht, wenn ich eine Kiste rufe und ich sehe einen Skeff-Spieler, knall ich ab. So was Beklopptes, Alter. Und da habe ich mir gedacht, genau so ist es bei Matze im echten Leben. Matze macht sich die Mühe, die Arbeit, will teilen, wird gefickt und geht am Ende leer aus. Aber Streets ist so geil, ich war dann vorwiegend hinten in dem neuen Gebiet. So eine geile Map. Die haben sich wieder richtig, habe ich mir auch mal Zeit genommen, bin da so durch die ganzen Häuser gelaufen, alles. Auch hinten Klimaf Street, da hast du ja auch jetzt so ein neues Gebäude, da steht so eine, so eine Kinderwelt ist da drin und eine Bar oder so. Richtig geil, alles gemacht. Ach, hier bin ich bis morgen. Äh, ja. Ist ja doof. Tschüss. 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 und Da hat schon mal was auf mich geschossen, Junge. Vom Easy-Sinnlos-Ballerei wieder zum Nervenkitzel. So. 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 Ah, ein bisschen blöd aus. Komplett hysterisch. Oh, go in. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh. Ich glaube ich brauche zwei von den Scheißkingern. Ich habe die Karte mit dem Schrauben und die Karte mit dem Schrauben. dass er mich nicht gehört hat und dann noch ein paar die 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 und die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da hinten meckert auch uns Kaffee im Rohrspatz. Warum mecker der da hinten? Ja. Okay. 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 Setz. Okay. Okay. Das war das Pausen. Reom, grüß dich, herzlich willkommen. Reom, grüß dich, herzlich willkommen. Reom, grüß dich, herzlich willkommen. Oh, Squash. Ich habe es vorhin zu teuer, habe ich es ja nicht gekauft diesmal. Gestern war es saumäßig teuer. Und Reom, bumm, wie sieht es aus? Wie ist, wie geht es, wie steht es? Was machen die Aktien? 38 Kilo ausruhen vom Training. Oh, geil. Ich muss sagen, ich war wieder ein bisschen faul, aber eigentlich auch unfreiwillig. Ich hatte schon Bock, ob mein Auto spinnt. Das hat irgendwie keine Lust mehr, die Luft hinten auf dem Reifen links zu behalten. Das ist ja nicht so, wie geht es, wie geht es, wie geht es? Man kommt nicht mal dazu, seine Leiche zu lupen. Man kommt nicht mal dazu, seine Leiche zu lösen. Das müssen noch mal langsam alle gewesen sein hier hinten. Ne. Warum auch? Wie viele Skips gibt es denn hier? Das wäre geil, wenn ich die Quest hätte, wo ich hier was weiß ich wie viele erschießen muss. Prüfen lassen oder Winterräder anschrauben und dann prüfen. Ich habe ja schon Winterreifung drauf, aber irgendwas stimmt da nicht. Wir halten die Luft nicht mehr. So. 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 Muss doch von den Brüdern mal einer PS-Munition dabei haben. Nee, wird nicht besser. Ist ja was gefixt. Mein Rucksack. Ah, ha. Ja, ja, ja. wo ist denn jetzt wieder der idiote auf mich geschossen hat was hängt mich denn hier an den leichen oder was doch alter mensch lasst mich doch mal in ruhe das langsam macht keinen spaß mehr das artet in arbeit aus so Das war's. Level 46 war der. Was hat was ganz dummes vor? Das war's für heute. Das war's für heute. hey mann was mache ich denn hier für ein affentanz eigentlich muss ganz woanders und ich muss nach hier und ich habe ja schon gar das fressig nein hör auf also ich hätte auch spritz essen können mann so eine scheiße so nimm mann ps die scheiße auch noch so 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 ich hocke da drin das muss da sein ok nein falsch das ja mach den scheiß doch mal zu alter ja weg damit ich bin schon völlig aus dem häuschen aus dem aus dem Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe hier irgendwas gehört. Ist das die Bude? Mal da rein. Wettklinik. X-Ray-Room. Was denn nun, ihr Vollidioten? Willst du mich verarschen? So, und das ist... Das sind die Schränke. Ja, genau. Muss ich da hier hoch? Ja. Wo geht's? Oh. Das sind zwei. Oh, das ist ja einen ganz anderen Bude. Leck mich am Arsch. Grappi. Für die Task nach oben, dann links. Brauchst du einen Key für den anderen Raum? Den Key habe ich. Das ist hier mein X-Ray-Key. Aber wir haben nur noch elf Minuten. Wo muss ich überhaupt raus? Kurt, ja. Taxi. Kollapst keinem. Ja, ist. Hoppe, war nicht. So, warte mal. Kommen wir hinten raus? Nee. Irgendwo. Jetzt kommt Eile in mir auf. Hektik. Die andere Klinik war hier drüben irgendwo. Also langsam noch. Geht der Munitionsverneiger. So, jetzt muss ich nochmal die Bilder anmachen. Sorry. Ich sehe gerade dann den Chat nicht. Treppe hoch. Ist das die Bude? Ja, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie anders aus. Mann. Ah, er sagt... Nee. Da muss irgendwo ein blaues Auto davor stehen. Vielleicht noch eins weiter? Das da unten oder das hier? Nee, das ist glaube ich falsch. Oh, Mann. Ich habe keine Ahnung. Dann muss es das da unten sein. Nee. Hier steht doch ein blaues Auto. Nee, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Doch, das ist das. Dann sagt hier rein. Treppe hoch. Hä? Ich wäre aus dem Fotos nicht schlau. Ich wäre aus dem Fotos nicht schlau. So, Mann. Ich mache mal, falls Kredi noch einen Tipp hat. Oh, jetzt sehe ich die Fotos mir auch nicht schlau. Nee. Das macht keinen Sinn. HP. Wer weiß, wo ich hier gelandet bin. Aber die haben gesagt... Die Fotos sagen genau so aus. Die umgegibten Kartons. Da bin ich reingerannt. Aber die Treppe sieht schon mal anders aus. Wer geht den Gang hinter? Jetzt muss ich mal nochmal zurück. Lass mich. Nee. Ach doch, ihr ungegibter Tisch. So, und dann? Habe ich es? Oh, Mann. Hektik bricht aus bei mir. Jetzt muss ich nochmal entkommen. So, Karte zu. Okay. 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 Gehen wir zum Kran. Ich drücke doppel O. Raus! Er freut sich. Ich auch. Oh, ich habe es geschafft. Alter! Junge! Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie viele Skeps... Ey, aber der Level 42, dass der mich nicht gecheckt hat, das habe ich auch nicht kapiert. Das war mir zu viel. 20 Skeps... 46er waren es sogar. 20 Skeps... 7000 XP... Ne, man kann mit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Es war's für heute.